Herzlich Willkommen zu RTV, zu meiner Talksendung Heistermann TV. Ich habe eine Talkreihe geplant zu den gesellschaftlichen Herausforderungen, die uns alle betreffen werden. Und wie wir sie meistern können, wie wir unsere Kräfte entwickeln können, dass wir sie so gestalten, wie es uns als Bürgern einer selbstbewussten Demokratie möglich ist und zusteht. Hier, das Ambiente, ist jetzt nicht mein inspirierendes Büro, sondern wir danken Schümmerns Genusswelten, dass wir hier die Sendung aufzeichnen dürfen. Mein Gast ist heute Professor Ralf Ziegenbein. Herzlich Willkommen. Sie sind Professor für Prozessmanagement und digitale Transformation und im Vorstand eines gleichnamigen Institutes und helfen auch, so viel habe ich erfahren, der lokalen Wirtschaft im Münsterland auf die Sprünge, weil Digitalisierung ansteht. Was machen Sie da genau? Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung, dass ich mit Ihnen in Ihrer Reihe über so ein wirklich wichtiges Thema sprechen darf. Und ja, was machen wir in der regionalen Wirtschaft? Wir sehen einfach, dass bei den gerade kleinen und mittleren Unternehmen enormer Bedarf besteht, sich mit den Veränderungen, mit der Dynamik in unserer Wirtschaft aktiv zu beschäftigen. Das haben die Unternehmer schon immer getan, aber durch die Beschleunigung im Zuge der Digitalisierung, so wird es aktuell ja betitelt, kommen ganz neue und vor allem immer häufigere Herausforderungen auf die Unternehmen zu. Und ja, wir sind durchaus mit ein wichtiger Ansprechpartner im Münsterland, auch im gesamten Westfalen, vielleicht sogar überregional, um diese Dynamik mal zu zerlegen und Ansatzpunkte für die Begegnung dieser Herausforderungen zu entwickeln. Und ich kann das auch gerne noch konkretisieren, aber ich glaube, Sie haben noch bestimmte Fokusfragen, die das nochmal herausstellen sollen. Ja, Pragmatiker, der konkrete Hilfe leistet, aber auch gut ist für steile Thesen, so habe ich sie erlebt in Ihrem Beitrag. Und Sie sagen, Digitalisierung ist nichts weniger als eine Revolution. Und sie ist nicht zu stoppen und sie wird sich beschleunigen aufgrund ihres exponentiellen Wachstums. Exponentiell können wir uns kaum vorstellen, was das heißt. Es verdoppelt sich immer. Ja, exponentiell können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Unser Gehirn ist gar nicht darauf ausgerichtet, exponentiell zu denken. Wir sind sehr stark in linearen Strukturen verhaftet, sodass es eben auch den Unternehmerinnen, Unternehmern, den Fach- und Führungskräften schwerfällt, diese Beschleunigung, die wir feststellen seit einigen Jahren, vielleicht sogar schon seit Jahrzehnten, richtig zu erfassen und dann so in die Zukunft zu schauen, mit den Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dass wir darauf heute schon sinnvoll reagieren können. Das ist so, ja. Sie wird Folgen haben, die Digitalisierung. Welche Folgen sehen Sie insbesondere für unsere Arbeitsplätze, für unsere Arbeitswelt? Ja, also die Wirtschaft befindet sich ja schon in diesem digitalen Wandel. Digitalisierung ist jetzt nicht ganz neu, also spätestens mit der Einführung von Großrechnern oder eben den Arbeitsplatzrechnern, dann dem Gang ins Internet, dann das mobile Internet. Das sind natürlich zentrale Meilensteine, die die Digitalisierung in den letzten Jahrzehnten geprägt haben. Und wir wissen alle, dass sich da enorme Veränderungen ergeben haben. Wenn man überlegt, dass das Smartphone elf oder zwölf Jahre erst alt ist und wir damit heute mit einer Selbstverständlichkeit umgehen, dann wissen wir, dass zum Beispiel das Konsumverhalten schon sich enorm verändert hat. Welche Auswirkungen hat es auf die Arbeitswelt? Kann man schon sagen, welche Art von Arbeiten künftig der Computer übernehmen wird? Also die Veränderungen in der Arbeitswelt ergeben sich eben durch die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung. Und diese sind nicht ganz neu. Der Arbeitsplatzrechner oder das Internet, das mobile Internet prägen natürlich nicht nur uns als Konsumenten, sondern eben auch als Arbeitnehmer, auch als Arbeitgeber natürlich. Und darauf müssen wir Antworten finden. Und die haben wir auch schon gefunden. Es gibt ganz neue Berufsfelder, die sich sehr stark mit der Digitalisierung beschäftigen. Und natürlich gibt es auch große Ängste, dass Arbeitsplätze wegfallen. Die kann man auch nicht wirklich nehmen, denn es werden Arbeitsplätze wegfallen. Die sind schon immer bei industriellen Revolutionen weggefallen. Als die Dampfmaschine kam, hat sich was verändert. Als die Elektrizität kam, hat sich was verändert. Also wir spüren natürlich mit so einer Dynamik auch einen Wandel bei den Arbeitsplätzen. Und ganz besonders können wir sagen, dass in der Zukunft durch die künstliche Intelligenz sehr viel sich verändert. Routineaufgaben, auch kognitive Routineaufgaben werden durch Systeme, durch Computersysteme übernommen. Beispiele vielleicht? Auch Beratungsjobs, Versicherungsmakler zum Beispiel, auch die? Da gehe ich fest von aus. Denn selbst die Beratung von einfachen Dienstleistungsprodukten lässt sich heute schon durch Computer organisieren. Es gibt sowas wie Chatbots, die solche Aufgaben übernehmen. Das geht aber dann viel weiter, auch bei Unternehmen, die vielleicht nicht direkt mit diesen Produkten, die Sie jetzt genannt haben, zu tun haben. Jede Rechnungsabwicklungsprozess ist hochstandardisierbar und durch Computer zu übernehmen. Es sind auch durchaus Callcenter durch Computer und entsprechende technologische Lösungen, Hardware-Software-Kombinationen zu übernehmen. Und insofern werden immer mehr solche Routineaufgaben, wo wir manchmal auch nicht so hochqualifiziertes Personal einsetzen können, werden wegfallen. Also im Callcenter sitzen dann alle mit Namen Alexa und geben dann Auskunft und helfen mir weiter. Kann man sagen, kategoriell, dass alles, was so Erledigungsarbeiten sind, in die man Schritt für Schritt, Prozedur, professionell, ordentlich und effektiv machen musste, wie man es ja auch in der Schule lernt, Aufgaben durchzurechnen, Gedichte zu analysieren, alles Schritt für Schritt abzuarbeiten, dass es eher diese Jobs sind, dass es diese Aufgaben sind, die computerisierbar sind? Ja, das trifft es genau auf den Punkt. Wir haben das vorher in Materialprozessen mit Robotern ja schon kennengelernt. Alles, was Routineaufgaben sind, wo man wenig individuellen Einfluss nehmen muss, wo man wenig Kreativität braucht, das wird von Automaten übernommen. Und das Gleiche können heute eben auch Computer mit Nullen und Einsen machen. Das heißt also, die Abläufe, die hoch digitalisierbar sind, können natürlich elektronische Roboter übernehmen. Müssten wir dann damit rechnen, dass die Hälfte der Arbeitsplätze in Abesiebara seit 10, 20 Jahren verloren gehen kann? Also die Hälfte würde ich nicht sagen. Man geht so davon aus, dass aktuell noch rund 30 Prozent der Aufgaben in der Wirtschaft mit kognitiver Routine verbunden sind. Auch vielleicht mit manueller Routine, also Routineprozesse im Allgemeinen. Und die sind potenziell durch Automaten in der Zukunft zu übernehmen. Und damit ist es schon ein ganz schöner Batzen, ja. Also schon durchaus ein Drittel der Arbeitnehmer wird möglicherweise überflüssig sein. Ich erinnere mich noch, wie der Staatssekretär vom NRW-Wirtschaftsministerium der Hammer-Wirtschaftsförderer Dammermann bei uns war und sagte, er kramte den Spiegel raus und sagte, damals als die Computer, als die Roboter anfingen, hat man auch gedacht, die Arbeitsplätze gehen alle verloren. So war es nicht. Und jetzt sollten wir auch keine Bedenken haben, das kann alles ersetzt werden. Also er hat eher beruhigt. Aber Sie beruhigen nicht. Wenn ein Drittel wegfällt, dann bedeutet das schon was. Nun, ich glaube nicht, dass wir Arbeitsplätze, die wegfallen und Personen, die ihre Arbeit verlieren, gleichsetzen dürfen. Wir müssen, denke ich, darauf Wert legen, so wie es auch in den vergangenen Phasen der Veränderung passiert ist, dass wir Menschen weiter qualifizieren müssen, Aufgaben zu übernehmen, die eben Roboter und Computer nicht übernehmen können. Und diese Weiterentwicklung liegt natürlich ganz stark auch in den Händen der Unternehmen, dass sie also ihre Mitarbeiter, die das Unternehmen kennen, die dort schon fest verankert sind, eben so weiterentwickelt werden, dass sie Aufgaben übernehmen, die erfüllt werden müssen, damit wir überhaupt diese Routineprozesse in Computer, in Roboterhand geben können. Welche Eigenschaften brauchen diese Mitarbeiter denn dann dafür? Also Sie müssen zukünftig Aufgaben bewältigen, die sehr individuell sind, wo gefordert wird, dass man kreativ mit Problemen umgeht, dass man Lösungen individuell erarbeitet, natürlich auch im Team erarbeitet. Und ja, Problemlösungen im Sinne des Gesamtunternehmens, aber vor allem im Sinne der Kunden auch entwickelt. Und ja, in diesen Anforderungen und Herausforderungen stecken ganz klar bestimmte Eigenschaften, die diese Menschen mitbringen sollten, beziehungsweise wo wir auf eine Entwicklung hinwirken sollten. Das ist ganz klar das Thema Kreativität. Die Menschen müssen diese Kreativität mitbringen, um individuell wirken zu können. Sie müssen, sollten eine Neugier haben, sich auf neue Probleme auch einstellen zu können, auf neue Herausforderungen einstellen zu können. Und ich glaube ganz fest daran, dass Empathie auch eine zentrale Rolle spielt. Das heißt, Empathie im Umgang mit den Kunden, Empathie im Umgang mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen, Empathie auch mit Bezug auf eben die Aufgaben, die bewerkstellig werden müssen. Wie kann das denn trainiert werden? Wie kann das denn ermöglicht werden, wenn ich sage als Lehrer oder Chef, sei mal kreativ, sei mal spontan, sei mal empathisch? Ist das doch so wie, ja, sei mal spontan? Nee, kann ich nicht auf Befehl sein? Gerade ausgerechnet nicht. Das wäre ein Widerspruch. Kann man diese so anweisen, diese Fähigkeiten, die wir brauchen? Das glaube ich nicht. Man muss einen bestimmten Rahmen schaffen. Und wenn wir auf unser Bildungssystem mal schauen, Sie sprachen Lehrer an, da glaube ich, dass wir aktuell in der Breite zumindest ein System haben, das eben Kreativität, das auch Neugier nicht fördert, sondern im Gegenteil abtrainiert. Also wenn ich in die Schulen von heute schaue, da sitzen die Schüler in Reihen, werden gedrillt, Matheaufgaben zu bearbeiten in einer vorgegebenen Zeit. Und es wird ganz klar durch Noten festgelegt, wenn du diese Matheaufgaben nicht kannst, dann kriegst du halt eine schlechte Note. und kannst nicht bestimmte Meilensteine erreichen, wie zum Beispiel eine mittlere Reife oder ein Abitur und damit einen Hochschulzugang. Das ist ein preußisches System, das irgendwann mal geschaffen wurde, weil Effizienz eine Rolle spielt. Also Industrie 1.0, 2.0, das waren sicherlich die prägenden Wirtschaftsrevolutionen, die wir hatten, die dazu führten, dass wir hocheffiziente Arbeiter brauchten, aber auch natürlich Führungskräfte brauchten. Und das ist ein Rahmen, der das garantiert eher abtrainiert. Also müssen wir schauen, wie wir so einen Rahmen ändern. Das ist ja eine Revolutions-für-Schul-System, wo wir eigentlich gewohnt sind, in einer Klasse mit 30 gleichaltrigen Schülern, gleiches Thema, gleiche Methode, gleicher Lehrer, zur gleichen Zeit mit derselben Fragestellung und der gleichen Methode, möglichst in einer bestimmten Zeit zum gleichen Ergebnis kommen sollen. Also Uniformierung. Das ist es aber nicht mehr, was wir brauchen, offenbar. Ganz genau. Also Uniformierung und Kreativität gehen natürlich nicht zusammen. Wir müssen diese Individualisierung schaffen und wir müssen natürlich bei unseren Kindern und Jugendlichen deren individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten herausarbeiten lassen. Und zwar selbstständig, das ist meine Meinung so, dass sie ihre Kompetenzen so entwickeln, dass wir sie auch an den Stellen, wo wir diese Kreativität und Neugier brauchen, auch die Empathie brauchen, einsetzen können. Und das sind in der Tat hochindividuelle Fähigkeiten. Und das wird uns in unserem Wirtschaftssystem und mit den Herausforderungen, die wir eben schon besprochen haben, sehr helfen. Vielleicht eine Ergänzung dazu. Ich bin noch ein bisschen, ich stehe noch ein bisschen unter dem Eindruck einer China-Reise, von der ich am Wochenende zurückgekommen bin, wo wir mit einer Delegation aus Norddeutschland, einer Wirtschaftsdelegation aus Norddeutschland, und uns mal das Wirtschaftssystem Chinas und da auch Hongkongs, was eine Sonderzone ist, angeschaut haben. Und ich muss sagen, dort wird das Thema preußische Effizienz ja wirklich bis ins Detail gelebt. Dort wird Wissen eingeprügelt. Und die Anforderungen, die sie eben auch geschildert haben, die an Schüler gestellt werden, werden da wirklich ganz, ganz zugespitzt gestellt. Und ich glaube, wir haben ganz große Chancen gegenüber einer Wirtschaftsnation wie China, von der wir ja ein bisschen durchaus Angst haben, wo wir auch nicht ganz erkennen, was da so alles passiert. Ich glaube also, wir können dieser Wirtschaftsnation sehr aktiv begegnen, indem wir eben nicht so weiter denken und handeln, sondern eben eher auf die Kreativität und die Neugier setzen. Und wenn das im Team passieren soll, diese Co-Kreativität, dann ja auf Augenhöhe und nicht mit Über- und Unterordnung, sondern wenn wir unsere Würde spüren und uns auf Augenhöhe begegnen, kann es auch mit der Kreativität funktionieren. Da wären wir möglicherweise den Chinesen im Vorteil, aufgrund unserer europäischen Werte, wenn wir sie denn leben, wirklich. Und andere sagen, USA ist sehr ökonomisch ausgerichtet. Wir haben eine geistes-, ja, wissenschaftliche, traditionelle, also Tradition, die breiter ist, die offener ist, die nicht nur ökonomische Erfolge zählt, wo auch andere Werte wie Kreativität, Empathie, Gefühl, Fantasie eine Bedeutung haben. Damals die idealistischen Philosophen und Dichter haben das ja zusammen gedacht, das Materielle und das Gedankliche und wollten das nicht gegeneinander ausspielen, sondern verbinden. Vielleicht, wenn ich jetzt mal so fantasiere, könnte das ja eine Grundlage sein, das sowohl als auch. Ja, Materielles ist okay, aber die Ideen sind genauso wichtig. Absolut. Und auch die Selbstverwirklichung, auch die Förderung der Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeit, das sind natürlich schon Elemente, die einem ja auch eine gewisse, ja, Genugtuung geben, einem ein gewisses Lebensgefühl ja auch geben und das wir ja auch ausleben können. Wir merken ja auch bei den jüngeren Generationen, dass durchaus der Wunsch nach Freiheiten und nach dynamischer Ausgestaltung von Arbeitsplätzen vorherrscht. Und wenn ich mir also China anschaue, da wird das in keinster Weise ermöglicht und auch nicht gewünscht. In den USA nimmt das eben sehr, ja, materiell orientierte Rahmenbedingungen oder Auswirkungen, zeigt das auf. Und ich glaube, wir befinden uns, wenn man jetzt also West und Ost gegeneinander stellt, wirklich schön in der Mitte und sollten diese Pole systematisch, ja, in Betrachten, in Erwägung ziehen, aber das Beste aus beiden Welten vielleicht so zusammenführen, dass wir auch beiden aktiv und auch mit stolzer Brust begegnen können. Und ich glaube, wir haben in der Tat, so wie Sie es geschildert haben, die Potenziale dazu. Die Potenziale zu einem Sowohl-als-auch statt einer Einseitigkeit, die vielleicht unzureichend sein wird. Wie kann ich denn jetzt meine Potenziale entfalten? Glauben Sie daran, dass jeder Mensch ein Potenzial in sich trägt? Vielleicht mehr, als wir bisher geglaubt haben. Die Hirnforscher sind ja davon überzeugt, dass Neurogenese, das Neu- und Umgestaltung des Hirns bis ins hohe Alter möglich ist. Ein schönes Beispiel ist immer der 80-Jährige, der Chinesisch lernt. Nicht unter Druck, wenn es sein Chef ihm sagt. Aber wenn er sich in eine Chinesin verlieben würde, könnte er es in einem halben Jahr lernen, Chinesisch. Also wenn Begeisterung, wenn Interesse, wenn Intrinsisches da ist, dann können wir unsere besten Fähigkeiten entfalten. Nur, wie geht das im Unterricht? Mach mal hier die Formel, mach mal da. Und dafür musst du dich interessieren. Das ist jetzt dran, das ist jetzt Thema, das ist jetzt Lehrplan. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, bestimmt nicht. Aber wahrscheinlich bin ich da auch der falsche Ansprechpartner, weil ich mich jetzt mit dem Bildungssystem zumindest bis zum Eintritt in die Hochschule nicht in der Tiefe auskenne. Da muss man wahrscheinlich Pädagogen und Gerald Hüther und sonstige Experten fragen. Aber was ich häufig gefragt werde, ist, was machen wir Unternehmen denn jetzt daraus? Wenn das Bildungssystem aktuell und auch nicht absehbar Menschen, junge Menschen hervorbringt, die eben nicht den Anforderungen gewachsen sind, die im Moment auf die Unternehmen eintreffen, einschlagen, dann ist jetzt natürlich schon zu klären, wie können wir damit umgehen, dass wir es trotzdem schaffen. Und ich glaube ganz stark daran, dass wir den Unternehmen ein Stück weit die Verantwortung dafür geben müssen, weil sie eben nicht auf das Bildungssystem so einwirken können, wie wir es uns jetzt vielleicht auch vorstellen gemeinsam. Und ja, sie müssen das tun, wenn sie eben in der Lage sein wollen, dauerhaft den Herausforderungen konstruktiv zu begegnen und ihre Mitarbeiter eben in Richtung Kreativität, Neugier und Empathie auch einzusetzen und zu entwickeln. Wie eine Firma ihre Mitarbeiter einen Push geben kann, die Möglichkeit geben kann, kreativ zu werden, ist so ein sogenannter FedEx Day von Dan Pink, kommt dieses Wort, ich habe es mal auf einem TED-Talk erfahren und es hat mich inspiriert. Man gibt seinen Mitarbeitern Gelegenheit, einen Tag etwas zu machen, an etwas zu arbeiten, was sie persönlich interessiert. Meine Mitarbeiter leben davon, neugierig zu sein. Was interessiert dich in Hamm? Eine Situation, eine Gegend, eine Person, die du, wen möchtest du kennenlernen? Und dann hattest du die Pflicht, jemanden neugierig kennenzulernen. Wer da streikt, ist eigentlich eine Bankrotterklärung als Journalist. Ich habe meine Neugier nicht mehr. Ist natürlich dann auch nicht wirklich gut. Aber das wäre ja auch etwas, was Firmen auch in den USA schon testen, ihre Mitarbeitern regelmäßig bis zu einmal in der Woche einen Tag zum Tüfteln zu geben, wo sie sich selber etwas näher angucken können, was sie interessiert. Und ohne, dass es ein Ergebnis haben muss. Was halten Sie von so etwas? Das ist genau der richtige Weg, denke ich. Freiräume zu geben, um sich selbst zu entwickeln. Das ist, denke ich, ein ganz zentrales Element, um Neugier und Kreativität zu fördern. Wenn sowas vielleicht dann auch noch in einem Team gemacht wird, wo man gemeinsam sich überlegt, was einen interessiert, dann würde ich sogar die Empathie auch noch darin entdecken. Und ich habe vor kurzem einem Automobilzulieferer empfohlen, vielleicht mal den Azubis 5.000 Euro in die Hand zu drücken. Und mit diesen 5.000 Euro sollten die Azubis, also eine Gruppe von drei oder fünf Azubis, mal etwas entwickeln, was die für interessant halten, was das Unternehmen nach vorne bringt oder auch nicht. Das ist egal, aber mit diesen 5.000 Euro tatsächlich auch mal Dinge erwerben und dann daran arbeiten und dann nach einem halben Jahr vorstellen, was sie gemacht haben. Und man könnte das sogar noch weiter treiben, ein zweites Team und ein drittes Team aufsetzen. Und dann können diese Teams etwas entwickeln, was sie selbst eben interessiert. Und man pitcht das Ganze nach einem halben Jahr. Und man schaut dann, was dabei herausgekommen ist. Und vielleicht kann man da ganz tolle Ergebnisse erzielen, neue Ideen gewinnen, die dann irgendwie umgesetzt werden. Und die Umsetzung, die sollte dann zum Beispiel in einem Projekt geleitet werden durch diese Azubis. Und da sollten sich dann vielleicht auch etablierte, also auch ältere Fachkräfte, Führungskräfte unterordnen in so einem Projekt und dieses Projekt dann durchführen. Ich halte solche Maßnahmen für gute Möglichkeiten, auch den Transfer zwischen den Generationen hinzubekommen. Das heißt, diejenigen, die vielleicht doch noch ein Quäntchen Neugier haben, ein Quäntchen Kreativität mitbringen, vor allem dann auch mit der digitalen Expertise als Digital Natives, die Älteren mit an die Hand zu nehmen und gemeinsam kreativ, empathisch und neugierig zu werden. Und das hat schon mal funktioniert? Ich weiß es nicht. Es war eine Idee, die ist auch auf offene Ohren gestoßen. Aber wie weit das jetzt gegangen ist, weiß ich leider nicht. Aber ich denke, so können wir da auch mehrere Menschen in einem Unternehmen gemeinsam begeistern für solche Veränderungen im Mindset, auch im Handeln. Braucht aber auch eine Veränderung beim Chef. Er gibt Vertrauen. Also nicht, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Du bist nur kreativ, wenn du vom Bildschirm sitzt. Wenn du jetzt rauchen gehst, spazieren gehst, kannst du nicht kreativ sein. Diese Chefs soll es ja noch geben. Also Vertrauen, dass Menschen neugierig sind und es nicht ausnutzen, sondern dass das die einzige Möglichkeit ist, Raum für ihre Kreativität zu geben. Es braucht ein verändertes Selbstverständnis von Chefs, von Lehrern, von Politikern wahrscheinlich auch. Da bin ich auch der festen Überzeugung, stimme Ihnen da hundertprozentig zu. Da muss ein anderer kultureller Rahmen her. Wenn ich das jetzt also noch mal auf die Unternehmen zirkle, da muss man eben ein bisschen Abstand nehmen von Strukturen, die man aus den 70er, 80er Jahren kennt. Viele Unternehmen im Mittelstand sind in dieser Zeit gegründet worden. Und man muss eben heute schauen, dass man seine Strukturen im Unternehmen, insbesondere das Kulturelle, an das anpasst, was draußen passiert. Und ich habe da vielleicht noch eine Anekdote. Ein Unternehmen, das ich mal beraten durfte, hatte Probleme in den Ergebnissen, hat sehr ineffizient gearbeitet. Das Unternehmen, dem ging es wirklich nicht gut. Und am ersten Tag, als ich in diesem Unternehmen war, habe ich mit den Mitarbeitern gesprochen, was so deren Gefühl ist, wo die Gründe sehen für die Schieflage, die sich entwickelt hatte in relativ kurzer Zeit. Und es kamen viele Dinge zutage. Und ein Aspekt, der war für sehr viele Mitarbeiter sehr prägend, der Inhaber und Geschäftsführer hatte alle Kaffeeautomaten und Kaffee-Ecken in dem Unternehmen abgeschafft. Mit dem Argument, die Mitarbeiter würden da rumstehen und die Zeit vergeuden. Das Gegenteil ist natürlich der Fall. Man trifft sich in diesen Kaffee-Ecken, um sich auszutauschen. Und zwar sehr informell. Und hier entsteht Empathie. Und wenn man so etwas dann vielleicht noch weiterentwickelt, nämlich eine Kaffee-Ecke mit einem kreativen Umfeld, mit einem Kicker oder mit sonstigen Elementen, die ein Entspannen, ein Zusammenarbeiten, nein, ein Zusammenarbeiten, ein Zusammenspielen fördert, dann würde man die Menschen viel stärker abholen. Und genau hier könnte man ansetzen, um diese Kreativität zu fördern. Und das ist nur ein Element. Und das muss natürlich sich durch die gesamte Unternehmenskultur dann durchziehen. Finde ich sehr mutig, finde ich sehr erfreulich. Setzt aber ein Glauben an den Menschen, an seine Potenziale voraus. Und auch an sein Verantwortungsbewusstsein. Aber es klingt ja so, als ob ich nicht direkt auf das Ergebnis zusteuere, sondern über Umwege, über Spielereien, über Kreativität, über Kunst, Kultur kümmern. Also eigentlich über, wie ein Bundeskanzler mal sagte, oder sagen würde, vielleicht Gedöns. Über Gedöns komme ich zum Unternehmenserfolg? Da bin ich überzeugt von. Vor allem, wenn das Gedöns selbst durch die Mitarbeiter gestaltet wird. Und wenn sie eine Wohlfühlumgebung entwickeln. Dieses Gedöns muss aber natürlich auch in die Wertestruktur des Unternehmens einfließen. Und das muss dann noch flankiert werden durch andere Elemente. Zum Beispiel eine neue Fehlerkultur. Also Fehler machen, als eine Chance, kontinuierlich besser zu werden. Fehler eben auch zulassen. Vielleicht sogar Fehler provozieren. Und dann auch den Mitarbeitern mitteilen, ein Fehler ist kein Problem, solange den Fehler nicht zweimal machst. Sondern ein Fehler führt dazu, eben neue Rahmenbedingungen, neue Produktfeatures zu entwickeln, was auch immer das Unternehmen da bewegt. Und da glaube ich, wenn wir das mit mehreren Elementen in dieser Kultur hinbekommen, dann werden wir einen Rahmen haben, in dem sich die Mitarbeiter auch im Sinne des Unternehmenserfolges weiterentwickeln. Und Sie trauen sich dann vielleicht auch mehr, vielleicht auch etwas zu gestalten, zu unternehmen, wo Sie vorher Angst gehabt hätten, Scheu gehabt hätten. Oh, da könnte ich einen Fehler machen. Lieber nicht. Und jetzt, ich mache es mal. Ich probiere es mal. Ich denke, dass wir mehr probieren müssen, weil in einer Welt, die immer komplexer, unsicherer, volatiler wird, immer weniger planbar ist. und wahrscheinlich muss ich ziemlich schnell schon einen Prototyp auf die Reise schicken, um zu sehen, was kann ich wie verbessern. Ist auch das ein Umdenken? Ich kann weniger planen, ich muss probieren mehr. Absolut. Und wenn wir in die Management-Methoden reinschauen, dann hat sich das auch inzwischen schon sehr etabliert. Das heißt also, das Instrumentarium ist da. Wir sprechen da ja von agilem Projektmanagement, von agilem Management im Allgemeinen. Das heißt, eine hohe Flexibilität mit hineinbringen. Nur die Agilität ist natürlich nicht mit der Anwendung dieser einzelnen Instrumente getan, sondern da muss das Mindset passen. Und da müssen die kulturellen Rahmenbedingungen passen. Und ja, das Spielerische, das Experimentelle, das darf und muss da eine wichtige Rolle spielen. und die Freiräume, die wir dafür schaffen müssen, die werden sich auch auszahlen. Da bin ich fest von überzeugt. Wenn ich natürlich denke, die Welt ist kein Ponyhof und die Menschen sind eigentlich alles, wenn ich so eine Einstellung habe, wird es mir sehr schwer fallen, auf einmal wertschätzend, empathisch, Freiheit gebend, vertrauend mit Mitarbeitern umzugehen. Wie soll das dann klappen, wenn ich eigentlich in mir tief misstäuscht bin? Kann das gehen? Oder werden die nicht länger Manager sein in diesen Unternehmen? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, die eben jetzt auch wieder in Verbindung steht mit dem, was wir in unserem Schulsystem im Moment nicht leisten können. Ja, da muss ein Umdenken her. Ich glaube, wir müssen sehr stark Vertrauen entwickeln bei auch zum Beispiel jungen, dynamischen Menschen, die dann wie Azubis auch mal ein Projekt leiten dürfen, um hier auch neue Strukturen zu entwickeln, das Verkrustete vielleicht auch abzuschütteln. Allerdings natürlich muss da die Top-Führung, also das heißt der Inhaber oder die Inhaberin, Geschäftsführer, Geschäftsführerin genau diesen Willen auch haben und auch die Potenziale sehen und das ins Unternehmen hineindrücken. Das ist gar keine Frage. Also drücken klingt jetzt schon wieder so stark in Richtung Vorgaben. Es muss vielmehr der Rahmen geschaffen werden. Und das wird Unternehmen auch insofern gut tun, als dass es ja durchaus schon einen spürbaren Fachkräfte- und Führungskräftemangel gibt. Und wer halt seine Unternehmenskultur ausrichten kann auf eine hohe Dynamik, auf eine Offenheit, auf Kreativität und Neugier, der wird sicherlich auch einen stärkeren Zulauf haben als die Unternehmen, die in einer Welt der 60er, 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hängen geblieben sind. Also da, meine ich, wird es auch der Arbeitsmarkt ein Stück weit richten. Ja, wenn die Arbeitnehmer entdecken, was sie interessiert, ein Anliegen, was vielleicht ihr Herz höher schlagen lässt, können sich ja diese Fähigkeiten, diese Kreativität entwickeln. Vielleicht gerade was passiert, wenn es in der Schule, im Unterricht noch nicht stattfindet. Friday for Future. Die Kinder haben ein Herzensanliegen und entwickeln Managementfähigkeiten, Öffentlichkeitsarbeit, Wissen eignen sie sich an. Sie stellen sich den Ganzen, ja, der Kritik auch. Und vielleicht ist das eine Ironie, von wem auch immer, dass hier die Kinder etwas lernen, kreativ mit Herausforderungen umzugehen, was Schule ihnen bislang kaum vermitteln konnte. Ja, finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Und ja, man soll Herausforderungen auch wirklich Herausforderungen sein lassen und auch das Vertrauen darin haben, dass jeder mit dieser Herausforderung umgehen kann. Also auch im Unternehmen. Also warum soll jemand, der im Rechnungswesenprozess unterwegs ist, nicht eine Idee haben, wie man den Kunden stärker bindet oder wie man ihm seine Bedürfnisse besser erfüllt. Also warum müssen wir in den Strukturen sein und bleiben, die wir bisher gekannt haben, nur weil es effizienter ist. Und auch hier vielleicht nochmal zurückblickend auf eine Frage, die Sie vorhin schon gestellt haben. Wenn die Computer diese Routineprozesse im Unternehmen übernehmen werden, dann haben wir natürlich auch die Chance, nicht mehr so viel daran denken zu müssen, sondern eben die Chance, die Menschen mit ihren Kreativitäts- und Neugierpotenzialen auch an den Stellen einzusetzen, wo wir sie dann auch benötigen. Wenn ich an die Folgen denke, dass Mitarbeiter kreativer werden, mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein auch haben, empathisch sind und vielleicht auch dadurch couragierter auftreten, werden sie noch so leicht zu führen sein, so leicht nach Anweisung funktionieren wie bisher? Aus Angst, irgendwie einen Fehler zu machen, aus Angst, entlassen zu werden. Wird es selbstbewusstere Mitarbeiter geben, mit denen die Chefs dann auch klarkommen müssen? Es braucht sie unbedingt. Und ich glaube, gerade das Thema Anforderungen und Führungen muss sich halt komplett ändern. Man muss sich auf Augenhöhe begegnen. Und das heißt, die Kompetenz des einen darf nicht verstanden werden als die Gefahr für den anderen, sondern das muss ein Mosaik werden. Das heißt, jeder bringt seine Fähigkeiten, Kompetenzen, Ideen ein und zwar ohne, dass unmittelbar eine Aussage, eine Idee oder Sonstiges relativiert wird, sondern es muss akzeptiert werden. Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass das, was wir schon seit Jahrzehnten fordern, flachere Hierarchien, um Dynamiken zu ermöglichen, dass das ein ganz klares Muss ist und zwar Hierarchien vielleicht sogar so weit auflösen, dass man permanent in wechselnden Teams arbeitet. Funktioniert natürlich nur mit einer entsprechenden Empathie, die man mitbringt, die dann aber auch jeder mitbringen muss. Und das ist ein weiterer Baustein. Ich habe da noch ein Unbehagen. Wenn ich jetzt sage, ja, als Manager muss ich wertschätzen und streiche das im Kalender ab, sozusagen heute schon dreimal gelobt, kann das funktionieren, wenn es nicht wirklich auch, ja, ich als Persönlichkeit dahinter stecke, wenn es nicht, wie Sie sagen, von Herzen kommt, wenn es nicht wirklich mein Bedürfnis ist, das zu sagen, sondern ich das nur sage, weil ich sagen soll, nach meinem neuen Managementkurs kann doch eigentlich dann auch nicht klappen, wenn es nur dahingesagt ist, oder? Also ich muss schon wirklich als Persönlichkeit das Gefühl entwickeln. Aber das ist schwer, ne? Ja, genau, das ist schwer. Also ich meine, es ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir über Wertschätzung sprechen oder über die Förderung einer neuen Fehlerkultur oder von Empathie. Also das ist in den Managementphilosophien der letzten Jahrzehnte natürlich immer wieder Gegenstand. Und es kann jetzt auch nicht sein, dass wir sagen, ja, jetzt macht es mal endlich, sondern mein Verständnis ist das, dass wir anfangen müssen, diese Denkweisen, auch dieses empathische Verhalten eben in dem Bildungssystem, in unserer Gesellschaft zu entwickeln, damit wir eben Führungskräfte auf Dauer haben, die das können. Und so lange müssen wir uns vielleicht mit Krücken behelfen. Vielleicht sind es tatsächlich dann auch Führungsseminare, die dann aber auch mal mit einem ganzheitlichen Ansatz an das gesamte Unternehmen sich richten, die auch eben diesen Gedanken, junge Menschen mit reiferen Menschen im Unternehmen zusammenzubringen. Also es kann nicht sein, dass so wie früher in den indigenen Völkern die Alten das Erfahrungswissen haben und alleine an die Jungen weitergeben, sondern wir müssen eben einfach die Jungen befähigen, auch etwas an die Älteren zu geben, weil sie eben als Digital Natives zum Beispiel diese Dynamiken viel besser verstehen, die Technologien viel besser verstehen. Und dieser konsequente Austausch, der, glaube ich, ist neu in der Denkweise und den, so wäre meine Forderung, müssten wir in Unternehmen fördern. Und dann ändert sich auch das Verhalten der etablierten Führungskräfte, der älteren Führungskräfte und man kommt mehr auf Gemeinsamkeit. Das heißt, Verschiedenheit muss ich akzeptieren, vielleicht sogar wirklich mich daran erfreuen, weil es den Laden bunt macht und kreativ macht und wenn kreative Vorschläge sind, sofort zu vergleichen, zu sagen, ja, aber, wird es Kreativität runterdämmen oder abdämpfen? Also diese Offenheit und diese spielerische und Neugierige müssen die Chefs auch mitbringen. Eigentlich müssen sie sich ja selbst für etwas wirklich von Herzen begeistern, wo sie sagen, das ist eine Idee, das reizt mich, das interessiert mich und sozusagen von der Mentalität her ansteckend wirken. Wäre das eine Idee? Wäre das ein schönes Bild? Ja, unbedingt. Und ich finde aber, das Anstecken muss eben in alle Richtungen gehen. Das heißt also, es darf sich eben auch ein Geschäftsführer von einem Azubi anstecken lassen und vielleicht muss sich der Geschäftsführer dann auch selbst mal zwingen, einen Tag in Hamm rauszugehen und etwas Neues zu entdecken oder diesen einen Tag in ein anderes Unternehmen zu gehen und sich da mal inspirieren lassen aus einer ganz anderen Branche heraus. Häufig ist das Tagesgeschäft natürlich so drückend, dass man da nicht rauskommt. Aber ich glaube, diese Freiräume, die müssen wir schaffen in den Unternehmen. Ja, manchmal gibt es ja auch Denker, die da Rückenwind sehen durch die Lebenswissenschaften, Life Sciences, das Leben ein sich selbst organisierendes System ist, dass wenn es die Spielräume, die Freiheiten hat, sich selber organisieren kann. Das ist ein schönes Bild, finde ich. Das könnte ja auch auf Menschen zutreffen, wenn sie nicht bestimmte Rollen erfüllen müssen oder bestimmte Maximen haben, wo sie sich eng und hartherzig werden lassen, wo man eigentlich sich schon zusammenrauft. Also wenn wir wissen, was wir aneinander haben, also gut miteinander umgehen und offen reden, könnten wir für vieles eine neue Lösung finden. So stelle ich mir das vor. Sie auch? Klingt vernünftig. Ich glaube, wir müssen den Rahmen, der eben durch irgendwelche Leitplanken gegeben ist im Unternehmen, deutlich stärker weiten und dann die Dynamiken damit erhöhen. Also braunische Molekularbewegung, also das heißt, den Rahmen erweitern und dadurch auch viel mehr Bewegung erlauben im Unternehmen. Das heißt, diese Gradlinigkeit auflösen und Seitwärtsbewegungen auch erlauben und gleichzeitig aber gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten, das scheint mir sinnvoll. Aber nochmal, das ist auch nicht ganz neu. Also das hat man in den Management-Theorien, findet man das auch seit Jahrzehnten. Ich glaube, wir müssen den Einzelnen viel stärker eben in den Mittelpunkt rücken und auch zulassen, dass eine hundertprozentige Auslastung, eine hundertprozentige Effizienz gar nicht Ziel sein kann, sondern dass wir eben das Gesamtsystem effektiver machen, dadurch, dass wir Effizienzen rausnehmen. Das ist sicherlich ein bisschen quergedacht und mal ein anderer Ansatz, aber die Effektivität, das heißt die Leistungsfähigkeit des Unternehmens im Markt könnte gefördert werden, dadurch, dass wir eben ein bisschen aus dieser Effizienz herausnehmen, herausgehen und dadurch eben diese Freiräume gewährleisten. Aus der Effizienz rausgehen klingt ja fast forciert an Innehalten, zur Ruhe kommen, vielleicht sogar Langeweile provozieren, dass sich wirklich mal was kommen lassen kann. In atemlosem Aktionismus werden vielleicht keine fundamentalen neuen Ideen kommen, sondern es braucht auch so ein fast schon retardierendes Moment, dass etwas entstehen kann. Das ist noch provozierender vielleicht. Ja, absolut. Und da kommen wir wieder zurück auf das Thema Automatisierung. Wenn wir durch die neuen Möglichkeiten in der Digitalisierung die Routineaufgaben wegnehmen können, den Mitarbeitern, dann nehmen wir da den Effizienzdruck eben raus. Und es klingt vielleicht ein bisschen überraschend, aber Karl Marx hat genau das gefordert. Der hat gesagt, nehmt die Maschinen, damit ihr als Menschen, als Arbeitnehmer mehr Freiräume habt, damit es euch besser geht, damit ihr aber auch kreativer werdet, damit ihr auch stärker lebt. Und genau das steckt eigentlich jetzt in diesen gesamten Forderungen mit drin. Also das Reich der Freiheit, wo ich flexibel, offen sein darf und meinem Herzen folgen kann und vielleicht sogar fast schon ein Stück weit nach Lust und Laune arbeiten, experimentieren, kommunizieren kann. Bricht das ein Stück weit an? Ich hoffe. Also das muss, ich bin der festen Überzeugung, das muss kommen. Das muss jetzt nicht vielleicht in 2020 oder 2021 sein, aber wir müssen das perspektivisch sehen. Und ich denke, die Unternehmen, die als erstes so einen Rahmen schaffen können, auch einen Werterahmen schaffen können, einen kulturellen Rahmen schaffen können, die werden dauerhaft erfolgreich sein. Und dann eben auch so Wirtschaftsräumen wie den USA oder China als gesamtes Wirtschaftssystem Deutschland hervorragend begegnen können. Herr Professor Ziegenbein, wir stehen vor einer Revolution. Digitalisierung wird alles umkrempeln, unser Leben, unser Arbeiten. Wir werden kreativer werden müssen, vielleicht eher dürfen. Wir werden gemeinsam kreativ werden dürfen und ja, unsere Fähigkeiten entwickeln und über uns hinaus wachsen können. Angesichts der Digitalisierung, was wünschen Sie sich da von den Menschen, von der Politik, von Unternehmen? Ja, das ist sehr vielschichtig und wahrscheinlich lässt sich das gar nicht in einem Satz zusammenfassen. Die Politik, glaube ich, muss ein Umdenken mitbringen hinsichtlich der Bildungspolitik. Ich glaube, die Strukturen, wie wir sie heute haben, sind nicht die, die wir benötigen, um die Fach- und Führungskräfte so zu entwickeln, wie es die Herausforderungen der Wirtschaft, aber auch der Gesellschaft mitbringen. Es gibt Leuchtturmprojekte und wenn ich das richtig verstanden habe, werden Sie ja in Ihrem nächsten Talk einen entsprechenden Vertreter hier haben und befragen. Diese Leuchtturmprojekte, die müssten viel stärker Berücksichtigung finden und vielleicht als Musterbeispiele auch in eine, in Schulformen überführt werden, die auch die Anforderungen, die Bedürfnisse berücksichtigen und auch hochindividuell sind und auch die individuellen Lerntypen berücksichtigen. Das Gleiche gilt dann natürlich auch für Hochschulen. Ich bin ein Vertreter und sehe auch hier einen Handlungsbedarf. Also hier sind wir auch gefordert, in unsere Lehre die neuen Anforderungen mit einfließen zu lassen und zu berücksichtigen. Ich glaube, das tun wir auch schon ein Stück weit. Und ganz besonders würde ich mir natürlich von den Unternehmern wünschen, dass sie diesen Weitblick bekommen und erkennen, dass sie zunächst mal gefordert sind, schnell zu reagieren, weil unser Bildungssystem wird nicht so schnell verändert und dann die jungen Menschen hervorbringen, die wir benötigen mit ihren Kompetenzen und da selbst aktiv zu werden. Und ein Stück weit gehört natürlich auch Mut dazu. Ich glaube, das Wichtige ist auch Weitsicht, also auch sich nicht den Blick in die USA oder nach China oder in andere Wirtschaftsräume verschließen, sondern eben zu sehen, was dort passiert und sich gleichzeitig auch auf die eigenen Fähigkeiten, die wir historisch haben in der Wirtschaft zurückzubesinnen und hier eine Kombination dessen, was die Digitalisierung mit sich bringt und das, was wir in der Wirtschaft an Grundstrukturen, an etablierten Kompetenzen haben, auch miteinander intelligent zu verbinden. Also sehr, sehr vielschichtig und ja, ich denke, wir müssen da alle auch als Gesellschaft darauf hinwirken. Diese Welt, wo die WeQ, die wir, Intelligenz, die gemeinsame Kreativität eine größere Rolle spielt, können wir uns darauf freuen? Ich denke, ja. Wir haben ganz, ganz viele Chancen. In Deutschland tendieren wir ja leider dazu, erstmal die Risiken zu sehen. Ich glaube, wir haben eine sehr schöne, eine sehr gute politisch- auch wirtschaftliche Grundstruktur als Grundvoraussetzung für tolle Entwicklungen, die wir noch vor uns haben. Aber unser Auftrag ist es jetzt, unser aller Auftrag ist es, das auch auszugestalten und ja, da mitzumachen, wo es andere Wirtschaftsräume vielleicht auch fordern und gleichzeitig unsere Werte zu behalten. Denn ich glaube, da können wir recht stolz sein in Europa, wenn man in die anderen Wirtschaftsräume mal schaut. Haben wir den Mut, uns zu vertrauen? Vielen Dank, Herr Professor Ziegenbein, dass Sie da waren. Ich lade schon mal jetzt ein zum nächsten Talk mit Frank Wagner, den Leiter der Gebrüder Grimm Grundschule. Er hat den Deutschen Schulpreis gewonnen, weil er sagt, Schule funktioniert nicht mehr so wie früher. Die Welt hat sich gewandelt, wir müssen kreativer werden, wir dürfen mehr ausprobieren, wir müssen Freude am Lernen haben und nicht nur Funktionierer und Pflichterfüller werden, die unter Müssensdiktate irgendwie zäh was abarbeiten, sondern spielerischer, mutiger, kreativer sollen Schüler sein. Und er hat es hingekriegt. Er hat eine ganz andere Schulkultur entwickelt und die Ergebnisse sprechen für sich. Die Ergebnisse der Schüler in den landesweiten Tests sind deutlich über dem Durchschnitt. Und wie das funktioniert, das ist das Thema des nächsten Talks. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020